Servus liebe Freunde Sonne! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Edgar Town Terres Extreme Biker. Heute zu viert, mit Domi, Thomas und Christian. Erstmal dabei. Hallo! Servus! Und von Christian hab ich auch damals das Spiel gehabt. Das war das Interessante. Das ist für eine Zeit. Richtig nice. Und ich muss sagen, wir haben jetzt ewig lang gebraucht bis überhaupt mal was funktioniert hier. Ich hab so viele Stunts schon gemacht, wie geil. Und ich lieg schon mal wieder auf der falschen Strecke. Juhu! Super gemacht, Zeppi. Nach Möglichkeit, vorausgesetzt der Domi hat sich ganz verkackt. Ich bin direkt hinter dir. Gibt's von uns vier Aufnahmen, die ich wieder zusammen schneid. Hehe, ich glaub, meine schneidest du lieber nicht. Ja, es gibt, auch wenn man schlecht fährt, ein paar Szenen, die interessant sein könnten. Vor allem heute lustig. Naja. Wer ist letzter? Oh! Nein, 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 nein! Wer ist letzter? Das ist keine Frage. Das ist ein Stab. Das ist ein Zustand. Achso, Zustand. Wie ist denn der Reset-Button? Entfernen. Bei dir ist, glaub ich, Entfernen. Windows-Taste. Alte vier. Erstmal Aufnahme wieder verkackt. Ja, sehr gut. Respawn und dann nochmal gleich mal hoch. Achso. Zug geben, wir fahren eine mittelspäre Strecke. Wir suchen uns wenig. Ah, da ist er wieder! Ja! Der Noob im Team! Wieso, wir fahren noch gegeneinander. Ja, ich bin der Noob im Mann Team. Hahaha, du bekommst aussehen, ja. Wolltest du mich wegkicken? Ah, ein Ido nehmen! Was ist denn derlauben Schreie, der Dreckzeller? Oh, oh! Tänän. Neeee! So ist nicht früh! In der retreat! Das stimmt so! Wie? Näääa! revisitiornde Thilke. Ficke. Ich hab die gar nicht gesehen. Du Wixter, du hast auch noch abgekürzt, natürlich. Ja, dankeschön. Deswegen bin ich nicht laut geworden. Also nicht richtig laut. Alec, wo bist du denn? Ja, ich. Ja, tu. Ja, ich bin ja dadurch in den Graben reingefallen. Achso. Oh. So was aber auch, gell? Wie geht es von Mario und Luigi, wenn der Mario auf den Kopf von Luigi springt, um weiter hochzukommen? Ahaha. Aha. Passt mir wieder, ja? Ja, fast. Aber irgendwie hoppelt man hier teilweise so. Ja. Das stimmt schon. Jetzt hat er mir den Spawn nicht gegeben. Das wird so hoch zusammen, hm? Da hast du vielleicht einen Pfeil vergessen. Ja. Das ist so, wenn unten Off-Track ist, aber das, was erzähle ich. Das sehe ich schon eine ganze Weile. Ja, das ist doch nicht so vorteilhaft. Das ist schon eine ganze Weile, ja. Ach, ich bin ja Dritter. Ist nicht super. Wie konnte das denn passieren, dass ich Dritter bin? Was gerade denn zugekehrt, hm? Ja doch, aber ich hab ihn ja gar nicht gesehen irgendwo. Ja, ähm. Ah, Chris, Frage, Chris. Bitte. Erste oder zweite Runde? Fragi. Ja, mittlerweile, Gott sei Dank. Zweite. Man möchte es nicht meinen, aber ja, zweite. Cool. Immerhin, gell? Ja. Ich weiß noch, Thomas' erstes Mal war, glaube ich, äh, zwei Runden hinten oder so. Startpfeil. Ist mittlerweile auch nicht mehr so. Also ich muss echt sagen. Ich muss echt sagen, man findet schnell rein ins Spiel, eigentlich. Nicht wahr, Thomas? Ja, bis man die Strecke kennt, ist das Spiel vorbei. Ja, ja. Ich meine so in die Steuerung. Ach so. Ja, Steuerung ist super, nur ohne Maus. Super toll. Was wüsste mit der Maus? Ja, nichts. Das sag ich ja super toll. Ach so, ja. Klingt so ein bisschen verkastetisch. Das war leicht gewohnisch, aber es war auch leicht gewohnisch. Leicht gewohnisch, aber auch leicht gewohnisch, ja? Gibt das nur mir so bei der Strecke? Du musst ja auch ein bisschen an den Mordor denken. Ja, eigentlich, jetzt, wo du sagst, ja. Ja, jetzt schon, ja. Geh? Siehst du mein Blitz? Nein, das ist mir auch auf Dreck. Auf Dreck? Ja. Aber die Hand Gottes habe ich zurück auf die Strecke geführt. Nöööö. Ich dachte, du bist Atheist. Baddaaamn. Tja, er hat die Erleuchtung. Baddaaamn. Krankenscheiß. Irgendwann überrunde ich gerade, kann das sein? Also, ich ne. Irgendwann ist gerade über mich drüber geflogen, so sehr kräftig. Ne. Soll ich dich auch krank. Doch, ich seh'n, Chris. Siehst du gar nicht. Ja, wie denn, aber ich bin ja hinter dir. Nein, oh Mann, oh. Ne, oh Mann, oh. Er ist da. Das heißt, nix gut ist, wenn er hinter dir ist. Wenn man nur berundet wird. Nein, wenn er hinter dir ist. Das ist nix gut. Aber schon mal ordentliche Land- Ordentliche Landungsmöglichkeiten hat er. Den hat's noch nicht hingehauen. Wie bitte? Den hat's noch nicht hingehauen. Ja, ich fahr ja eine Zeit lang hinterher. Landungstechnisch schaut schon ganz gut aus. Ah, diese eine letzte Kurve, die ist so scharf. Da schießt die jedes Mal raus. Welche? Äh, diese eine rechteckige, oben links auf der Milikarte. Ah, Falk, jetzt hat er mich einfach überholt. Ach da. Überrundet. Hallo. Ah, ich weiß welche... Ich glaub, du meinst die, wo es so steinig ist und holprig ist. Ja, die halt oben links auf der Minikarte, wenn du... Oben links... Pfeifen wohl die Strecke rückwärts dann... Die oberste links, oder? Die alleroberste links auf der Karte. Die. Oh man, ich hab hier grad einen Spawnpunkt. Ich spawne hier auf dem Hügel. Und... Ich hab dich gesehen. Wenn ich da... Mein Rückwärtsgang funktioniert nicht und ich hab keinen Schwung und da rüber zu kommen. Es gibt keinen Rückwärtsgang. Ah. Ein Motorrad hat keinen Rückwärtsgang. Das gibt's schon, bei schweren Motorrädern. Ja, aber er ist da über 250 Kilo locker. Und nur bei Straßenmotorrädern. Das ist so ein kleiner Rückwärtsgang. Nein, jetzt spawne ich in dem Hügel. Im Spawnpunkt rutscht ich schon in den Bach runter, na super. Was, ich bin Dritter, das gibt's ja nicht. Das hab ich mir auch schon gedacht. Schau, was mir passiert, ich komm hier nicht mehr weg. Ich will's gar nicht sehen. Ich will Erster werden, oder? Ich bin wieder jetzt einfach nur ins Ziel. Moment, ich schau's mir an, aber ich... Kommst du jetzt weiter? Doysa, doysa. Nein. Selbst mit der Vollbremse rutscht ich da noch in diesen Lavaschrom. Echt? Moment. Ah, jetzt, ich hab's geschafft. Ich lebe, ich lebe. Ich bin Dritter. Jawohl. So. Mehr schlecht als recht, aber Dritter. Ja, aber glücklich. Ja, wegen des meinem doofen Hang, wo ich ne Stunde gebraucht hab, die ich da mal überlebt habe. Wie könnt ihr weiterfahren? Was? Wie könnt ihr weiterfahren? Ja, hab's noch Gas geben. Ich kann noch weiterfahren. Nee, ich seh nur noch Master Chief. Na, da hast du umgestellt. Nee, nee, nee. Nicht drücken. Drück E. Das geht dann, wenn du E drückst. Oh, da bin ich. Dann kommst du auf, da kann man mich hier umschalten. Okay. Fast noch geköpft in der Zielinie. Auch wenn ich beende denn? Ja, jetzt sag ich. Geile erste Runde. Ja, sagen. Fahr mal die zweite. Ich bin super hyped jetzt, weil ich dritter geworden bin. Ich hab' ich mehr schneller als du und zwei Sekunden bei Bestzeit. Wen interessiert die Bestzeit? Äh, Plätze zählen. Ich hab' keine Punkte. Ihr gleich wieder wegkriegt, gell? Ey, du! Ihr bläden... Ja, da war doch was die Karte. Ihr bläden Zipfene. Da steht Start, aber da ist kein Start. Ja, das ist die einzige Karte, wo so ein blöder Ding da aufsteht. Und dann ist es noch falsch, gell? Na, programmiert nicht. Das haben es falsch die Zeit. Ja, oder so. Ja, das hat ja nichts mit Programmierung zu tun. So. Na ja, wenn das, wenn man sagt, da ist der Start, dann ist es schon Programmierung, wenn man die Pfeile falsch setzt. Ja, aber da steht nicht Start auf dem Boden. Ja, bei mir schon immer. Ja, aber an der Stelle nicht. Also dadurch, dass du halt, äh, den Start dahin setzt. Das Level-Design hat mit der Programmierung nichts zu tun. Ja, das stimmt so auch nicht ganz. Ja, das stimmt so auch nicht ganz. Ja, das stimmt so auch nicht ganz. Ja, ich mag Pfeile. Ich mag Pfeile. Ich mag Züge. Oh, Mann. Hast du gerade abgerollt? Kannst du mal da noch ein Zug? Nein, bin daneben. Was für ein Zug? Ja. Ja. Äh, Raumschwecke auch. Achso, der Zug. Das sag ich halt gleich. Kriegt man Punkte für ein Backflip? Nein. Äh, nur auf Freestyle. Hier gibt's gar nichts. Aber Freestyle fahren wir nicht. Aus Gründen. Nööö. Ja, aus... Aus vorteilhaften Gründen. Ey, scheiße. Wo steht da eine deutsche Firma drauf? Wo? Bei ihm. Hä? Wo steht da, dass das ein deutsches Motorrad ist? Keine Ahnung. Wie gesagt, wir fahren gut und deutsch Motorrad. Ohne Kreis. Achso. Steril. So. Ja, ist er so. Er ist weiter, Tommy, oder? Deine Mutter! Ja, hätt's gedacht. Deine Mutter fährt steril. Ja, sowieso. Das ist ja geil. Das machst du doch. Ich weiß nicht, irgendwie... Hast du Bock, wegzufahren, hm? Das ist die ganze Zeit schon so holprig. Das ist, glaube ich, der Ping oder so, weil bei mir so ein bisschen holprig. Das ist mehr als sonst. Bei mir ist schon der ganze Hügel so holprig, wenn du rüberfahren. Achso, ja, bei mir auch irgendwie teilweise. Ich meine, die Spiele flüssig, aber die Strecke ist so holprig. Mich hat's jetzt zum dritten Mal auf die Fresse gerannt. Einfach nur vom Normalgas. Ja, wenn du um Hügel fährst, oder was? Ja? Ja, du musst dich dann wieder nach vorne lehnen. Jo! Das ist normal. Das ist für Stress. Und ich geb dir mal einen Tipp. Wenn du in der Luft bist, musst du erneut die Taste drücken, wo du dich hinlehnen willst. Sonst funktioniert's nicht. Okay. Also nur, weil du dich vor der Chance nach vorne lehnst, lehnst dich nicht weiter nach vorne dann. Ja. Wenn man's so sagen kann, ne? Sebi, mach mal einen Fehler. Nein. Will ich aber. Heute fahr ich recht passabel. Na ja. Bin relativ nah hinter dir, also. Das stimmt so nicht. Nah hinter mir. Eine halbe Gerade. Ja und? Und vorher warst du noch ganz hinter mir. Ja und? Die Beste habe ich auch. Ah scheiße. Nein. Wie war das mit dem Passabel, hä? Ja ich sag ja, Passabel ist ja nicht gut. Hehehe. Eigentlich ist Passabel schon gut. Ja gut, Passabel ist gut. Passabel ist gut. Passabel ist, du bestehst den Test, aber... Ausreichend. Ja, ist schon bisschen mehr als ausreichend. Ja gut, stimmt. Ist auch schon wieder bisschen mehr. Passabel ist jetzt für drei Minus. Mit mittelmäßig würd ich sagen. Ja. Na. Joa. Und mittelmäßig reicht aus, um Donny abzuhängen. Das sollte dir zu denken geben. Ich bin schon ewig nochmal krank. Ja. Ich auch nicht. Ja und? Irgendwer ist da grad am Sierraschild hängen geblieben. Ja. Ich bin oben drüber statt unten. Du auch Pfeife. Alles klar. Oh, Bestzeit. Krieger. Jo, Bestzeit. Um 600. Mehr sind da vor mir. Achja. Wer wohl. Hi. Keine Bestzeit. Oh, in der zweiten Runde hatte ich fast die Bestzeit. Du warst nicht so viel schneller. Nee. Gerade halt ist gut. Oh, oh, oh. Fast hingefallen. Mir hat dir auch mal Zeit. Mehr. Machst du mal hinten. Nee, nee. Also ich bin schon glaub ich... Nee, ich bin noch keinmal hingefallen. Oh, das ist so angenehm, dass das einfach irgendwelche alten... Hallo, Thomas. ...Sachen sind. Sehr gut. Dass wenn man durch ein Ding durchfährt, dass es einfach verschwindet und nicht sich wegbeugt Ja, geht nur bei Dabstückwender. Ja, ja. Bei den Blöcken geht's nicht. Da schon. Nee, da. Ja. Die würde ich eher ein... Ja. Fuck! Ah! Yay, dritter! Das schneide ich rein. Ja, stimmt. Zu schnell reinfahren ist auch nix. Hier war Eurosport sogar noch Sponsor. Ja. Ja, wieso Eurosport gibt's ja. Ja, ja. WSF gibt's ja. Stimmt. Leute, Schiffsfernsehen. Wenn ich diese ganzen... ...Banden kaputtmacht, gibt's dann Ärger vom Sponsor? Keine Ahnung. Ja, am Ende gibt's Punktabzüge. Sorry. Boah, jetzt bin ich gegenseitig. Ich bin so'n Block gefahren. Es gibt keinen Rückwärtsgang. Ich sag dir ja, Blöcke kann man nicht weghauen. Aber Tricks kannst du hier vergessen. Die Chancen sind zu niedrig. Ja. Du bist bloß schlecht. Jetzt Vollgas! Wartet ihr alle auf mich? Wartet ihr alle auf mich? Ach, ihr wartet alle auf mich? Ja, ja. Gib mal Gas hier. Ich bin fertig. Ja, schon durch. Ist doch schon längst durch. Ihr seid schon fertig. Ja, so was. Bin ich ja gar nicht gewohnt. Zum Schluss nur eine von meinen Streckung. Ja, total super ist die. Die ist noch sehr mein Anfänger, möcht' ich sagen. Ja, also die ist nicht ganz so gut. Ja, die Spannerns noch nicht. Du hast dir richtig Mühe mit der Landschaft hier. Hinten, meinst du? Das ist halt der Gauscher Reichzeichner, gell? Ja, ja. Ja, ja. Der Boden ist in Ordnung. Geht's weg? Ja, voll texturiert. Da erkennt man die Rampen richtig. Jetzt wird's vielleicht Zeich doch einmal im Wahnsinn. Auf deiner werd ich Erster, das weiß ich. Sicher? Das hab ich im Gefühl. In Murin, ne? Dann geht man lieber aufs Klo. Das Problem ist, du erkennst die Chancen schlecht. Ja? Ach, was hab ich grad gesagt, ja? Das kann auch ein Vorteil sein. Mit dem Boden. Ja. Du hast keinen Schieß vorm Sprung, ne? Ja, ja. Richtig. Du Fixer! Alter, was geht denn? Bam! Weck gehauen. Aber mit Vollgas heben. Was, was bist denn du da so schnell, ey? Ich weiß auch nicht. Was? Was legst du so? Vielleicht daran, dass du sie gebaut hast. Richtig, ich hab mir da heimliche Turbestreifen eingebaut. So schau's aus. So schau's aus, du Hansel. Warum bin ich jetzt oft weg? Du kurz ab, du Wichser! Ich hab's genau gesehen! Wer kurz ab? Du! Ich! Nein! Auf der Karte! Nein, hab ich nicht! Ach! Nee, ich! Ich hab die Chance genommen. Ja, die Chance! Aber du bist trotzdem oben gefahren, oder? Nein! Okay, sah nur so aus. Ja, in der Mitte ist halt was dazwischen. Jetzt knetze ich ab. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Nee, eh schon unfair. Aber du bist ja wieder am zweiten Platz, oder was? Ja, fertig. Ja, so schnell ist das auch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich muss ja mal warten und nicht wegkicken wieder, oder? Nee, eh, eh, heh, heh, heh! Du glaubst was. What's up! What's up, doch? What's up! Scheiße, da hätte ich auch springen sollen. Geh weg, geh weg, geh weg! Neee! Jetzt zieh die bloß. Draufen hab ich dir. Ich weiß nicht, ob das so viel gebracht hat. Kann man bei der Einschalt schon Stunt machen? Theoretisch, aber schwierig. Dann will ich was sehen, Seppi, von dir. Von mir? Ja, schon. Komm rein. Machen wir was. So hat Zeitkost. Schon hat's Zeitkost. War aber nicht. Alles kostet Zeit, okay. Selbst die Zeit. New York Times. Was? Was? Selbst die Zeit, New York Times. Versteh ich nicht. Zeit und Kost, Zeit. Geht. Aber was? Die Strecke find ich relativ angenehm. Das sind nicht so hässliche Riesen. Ja, da muss ich... Ich hab den Fehler am Anfang auch zu viel zu bremsen. Deswegen... Ich hab den Fehler gemacht. Ja, du kannst die ganze Zeit durchführen. Zu sehr zurückgefallen. Ja, ich hab den vollen Fehler. Ja. Wenig Schanzen halt, gell? Ja, so fast wie ne... Die meisten Sixten. Fast so wie ne Rennstrecke. Ja. Da hab ich fast n Geriss gehabt und dann muss ich mich verfahren und nur n Hügel drüber schießen. Das bin ich auch ein Hänger im Lärm. Mhm. Dammt! Aber ihr seid's recht knapp beieinander gewesen, oder? Ja, waren wir auch und dann hab ich die Abträgung verpasst. Keine Sorge, ich hab auch grad nen Schuss gebaut. Ja, aber du bist Dritter. Das sehe ich. Ui! Jaaa! Wieder Dritter. Ich sag ja, ungefähr seid ihr euch vom gleichen Level her. Ungefähr vom gleichen Level her. Du hast das X nicht genommen. Ja, ich bin Dritter, ja. Jetzt hab ich hier die Lyrie... Ich hau hier die One-Liner aus. Hätte der das X, dann hätte ich dich überholt. Richtige Punchlines. Bam! Mann, das bleibt sich. Die wollen wir jemanden crashen. Ach, schade. Sehr geil. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Ciao.